Peace now, peace now, peace now Es ist wieder drei Uhr nachts, beziehungsweise gleich in zehn Minuten. Wir haben jetzt zwei Uhr fünfzig. Wir haben schon drei Uhr Uhr? Wir haben echt viel Zeit hier verpappt. Kanäle passiert irgendwas Leute. Deswegen wir sind jetzt, wir sind drin. Wir kennen gar nicht mehr raus! Jetzt sind wir mittendrin. Leute neue drei Nachts Challenge. Und zwar heute geht es um So ein Jaraklan. Das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Genau. 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 Wir haben uns ein bisschen informiert. Und zwar haben wir ein paar Schichtmöglichkeiten gemacht. Die Katze kann ihre Form verändern. Also die kann mal riesig sein. Mal so, mal so. Also komplett. Die passt sich einfach an. Im Umfeld. Genau. Und die bricht in Häuser ein. Mitten in der Nacht. 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 Sie hängt auch. Und stalkt auch Menschen. 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 Das Bild von dem. Ey. Also als wir das eigentlich. Als wir nur eingespeichert haben. Und das Bild gesehen haben. Wir dachten so. Nein. Ja. Okay. Wenn ich mache eine Aufnahme. Dann sieht man das Bild. Leute. Das ist eingespeichert. Anrufen. Anrufen. Direkt Lautsprecher. Auf geht's. Ah. Dann bricht ja die Aufnahme ab. Wozu habe ich jetzt eine Aufnahme gemacht? Egal. Leute. Ihr seht. Cartoon. 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 Cat. Ist jetzt nicht FaceTime. Aber wir rufen mal so. Hallo. Hier ist die Mobilbox von. Bist du eigentlich schwul? Okay. Mobilbox. Ist deine Fake Nummer? Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Die Aufnahme läuft noch. Vielleicht hat es doch aufgenommen. Ich bin mir sicher. Auf jeden Fall. Okay. Das hat nicht geklappt. Der erste Versuch. War eigentlich eine authentische Person. Also. Dann waren wir da. Hi. Hallo. Hallo. Nein, nein, nein. 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 Ich bin mir nicht auf dem Haus. Ich bin mir nicht auf dem Haus. Ich bin mir nicht auf dem Haus. Nein. Ich bin mir nicht auf dem Haus. Face? FaceTime geht gar nicht. Ich sehe es gerade. Ah, doch geht. Ah, Video doch. Sollen wir mal FaceTime rufen? Wollen wir gerne machen. Leute, wir rufen mal FaceTime an. Man, 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 man. Gucken, was hier abgeht. Hallo. Warte mal. Wo ist der Sound? Komm mal. Ah, okay. Boah. Was ist das? Oh, war noch nie. Oh, ne? Oh. Der hat nicht mit uns geredet, Mann. Ich wollte die Ansage, Mann. Oh, mein Gott. Okay. Kartonkert ist am Durchdrehen. Ey. Ach, du Heilige. Hast du das Katzengeräusch gehört? Scheiße. Ja. Oh, mein Gott. Das war doch wohl das Knirschen. Das kommt von der Küche oder so. Das waren die ihre Krallen da so. In den Kameraden. Das kommt von der Küche. 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 Warte, warte, warte. Psch, psch, psch. Mach auf. Was ist das? Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Aber du kannst nicht. Kartonkert? Bist du da? Mach zu, mach zu, mach zu. Kommt im Büro, es ist ein Zechmacher. Wir können bei der Produzent. Hallo? Weiß Club, weiß Club, weiß Club, weiß Club. Kartonkert? Kartonkert? Bist du hier? Kartonkert? Weiß Club. Für die Kinder sind sicher. Okay. Okay. Kannst du nicht gewinnen, aber? Wir sehen uns nicht. Weiß Club. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Folgt's! Oh! Es geht!